WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da ist der wunderbare EZ-Bestuch mit dabei. Nach zwei Jahren Pause durch Corona, jetzt die richtige Teilnehmerzahl, eigentlich genau auf die Mauer, um wieder einzusteigen. Denn es läuft ja auch. Die Zeltrück, die Zeltrück, die Zeltrück, die Zeltrück sind toll aus, die Zeltrück sind wieder dabei, dass alle nicht mit dabei waren. Die Firmen sind wieder vertreten. Die Hände gehen nach oben! Und die Hände bleiben oben und wir schnappen schön! Put your hands up in the air! Put your hands up in the air! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Auf, Kassel! Vielen Dank, Herr Christoph von der Zeltrückruhe! Das war auch die Stratglocke für euch. Es geht los, eure Zeit beginnen zu raufeln, wenn ihr über die Matten hauft. Und das heißt hier, wenn ihr durch die Bietung am Startbogen kommt, dann beginnt eure Zeit zu laufen, dann geht's hier los. Also, schönen Dank für uns zum Startgehen. Und dann wünschen wir euch viel Spaß und gestritten. Und wir sehen uns nachher alle bei der Party. Wir wollen hier alle hier also ein bisschen auf größte Betriebsfest von Rheinland-Pfalz feiern. Das bedeutet, wir bringen ihn alle nachher, wünschen dir mit uns. Ja, mindestens eins, vielleicht noch zwei, vielleicht noch drei, dann freut das mal. Da schauen wir nicht ganz ruhig auch hin. Der ist auch richtig sportlich, der läuft die fünf Kilometer eigentlich auch, passt immer selber mit, oder? Ja, genau. Ja, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr im Ziel seid. Zugegeben, euch sieht man jetzt schon ein bisschen an, dass es ein bisschen gerechnet hat. Geht aber schon wieder, ja. Wir hatten gehofft, dass es trocken bleibt, aber ihr wisst ja manchmal, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Aber tatsächlich soll es ab jetzt wirklich halbwegs trocken bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.